Wer sich schon immer mal gefragt hat, warum jetzt diese Wand einfach an der Stelle ein bisschen höher gezeichnet wird, diese Schicht, das hängt bei den Einstellungen mit zusammen. Wenn die Eigenschaften gehen, sehen wir hier die Funktion Innenschale und da gibt es noch so eine Funktion Außenschale. Wenn Sie sagen, diese Wandschicht ist eine Außenschale, dann wird automatisch die Deckenstärke nochmal als Höhe draufgesetzt. Heißt für Sie, Sie brauchen zum Beispiel die Dämmung nicht immer wieder über die Decke rüber zu ziehen, sondern die bekommen dann einfach diese Höhe als Delta H, hier sehen Sie es ja auch, Delta H mit 18 cm dazugeschlagen.